Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Reflexe. Die Reflexereihe Denkstoffe blickt zurück auf grundlegende philosophische und kulturwissenschaftliche Werke. Zu ihnen gehörte auch Jean-Paul Sartres philosophisches Hauptwerk »Das Sein und das Nichts«, erschienen 1943, als Frankreich von den Nazis besetzt war. Es gilt als theoretisches Fundament des französischen Existenzialismus. Sartre prägt darin unter anderem den Freiheitsbegriff des Menschen und seine Verantwortung. Was das Werk damals ausgelöst hat und was heute noch gültig ist, darüber spricht Noemi Grad wohl mit der Philosophin Dorothea Wildenburg. Sie hat an der Uni Marburg über Sartre promoviert und über sein Werk mehrere Bücher und Aufsätze geschrieben. Sartres Werk »Das Sein und das Nichts« ist ein gewichtiges Werk in vielerlei Sinnen. Zum einen ist es in der deutschen Ausgabe über tausend Seiten lang, zum anderen ist es natürlich gewichtig wegen des Inhalts. Dorothea Wildenburg, als Sie es zum ersten Mal gelesen haben, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Im ersten Moment war ich sehr überrascht, wie vertraut mir dieses Werk zu sein schien, obwohl ich es vorher noch nie gelesen hatte. Es mag damit zusammenhängen, dass ich zuvor sehr viel über die Philosophie des 18. Jahrhunderts gearbeitet hatte und dort eben sehr viel über das menschliche Subjekt, das menschliche Individuum und wie es zu sich selbst eine Beziehung hat. Bei Sartre habe ich plötzlich genau dasselbe gefunden. Was aber faszinierend daran war, ist, dass er nicht über ein abstraktes menschliches Subjekt geschrieben hat, sondern dass da plötzlich ein ganz lebendiges Individuum beschrieben wurde, der ganz konkrete Mensch. Das war ein Aspekt. Der andere Aspekt war natürlich selbstverständlich, wie, glaube ich, für sehr viele Menschen, dass auch das Faszinierende an Sartre ist, ist seine Freiheitsidee und dazu auch seine sehr klare und scharfe Gedankenführung. Das Sein und das Nichts, das ist ja 1943 in Frankreich erschienen, eine Zeit, wo Frankreich unter der Besatzung der Nazis gestanden ist. Sartre hat, als er es geschrieben hat, dieses Werk auch mal im Jahr in Berlin verbracht. Hat dieses Werk etwas mit dem damaligen Zeitgeist zu tun? Ist etwas davon spürbar, von dieser Zeit? Ja, das ist eine sehr, sehr spannende und auch sehr komplexe Frage. Ich denke, man muss eigentlich jedes Werk versuchen, in seinem historischen Kontext zu verstehen, was aber eben auch sehr viele Überlegungen voraussetzt, die natürlich auch schwierig zu beschreiben sind. Ich glaube, wenn Sie so fragen, würde ich vielleicht zwei Aspekte nennen, die sich dann auch in Sartres Werk auf jeden Fall widerschlagen. Die eine ist eher eine ideengeschichtliche Entwicklung. Die ideengeschichtliche Entwicklung, die im Grunde genommen dahin führt, dass das Individuum, das Subjekt, von dem ich auch schon sprach, mehr und mehr entmachtet wird. Sigmund Freud, der bekannte Psychoanalytiker, hat das mal so zusammengefasst, dass er sagte, der Mensch hat in seiner weiten Lebensgeschichte drei sehr starke Kränkungen erfahren müssen. Die eine Kränkung damals im Mittelalter, Kopernikus, als er feststellte, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist. Eine weitere Kränkung erfuhr der Mensch nach Freud durch Darwin, der zeigte, dass der Mensch ein Produkt der Evolution ist. Und die dritte Kränkung schließlich hat dann Freud selber hinzugefügt, der gezeigt hat, dass der Mensch eben nicht mehr, wie er das nannte, Herr in seinem eigenen Haus ist. Eben bestimmt durch seine Triebhaftigkeit eben nicht mehr autonomes Subjekt. Und Kränkung, weil es ein Selbstbild des Menschen infrage gestellt hat oder umgestellt hat. Ja, genau. Es hat das Selbstbild des Menschen als absoluter Herrscher oder Herrscherin infrage gestellt, als eben die Krone der Schöpfung, als derjenige, der im Grunde genommen das Geschehen bestimmt. Und am Ende dieser Entwicklung, und ich glaube, sie geht auch nach Freud und nach Sartre noch weiter in diese Richtung, steht eben in der Tat dann das entmachtete Subjekt, was ich eben mit dieser damit abfinden muss, dass es eben nicht mehr über diese Allmacht verfügt, wie ich es zunächst dachte. Das ist vielleicht eine Entwicklung von der ideengeschichtlichen Richtung her gesehen, was natürlich, wie Sie zu Recht sagen, in jedem Fall auch beachtet werden muss und sich natürlich auch im Werk niederschlägt, ist die aktuelle Situation 1943, wo ganz klar Paris, aber nicht nur Paris, unter deutscher Besatzung, unter Besatzung der Nazis und unter faschistischer Terrorherrschaft stand. Und in dieser Zeit schon klar war, dass alle Werte und Normen, die wir normalerweise mit der sogenannten abendländischen Kultur verbinden, gleichgeschaltet, zerstört, vernichtet waren. Und insofern man im Grunde genommen in einer Welt lebte, wo der Mensch völlig orientierungslos war, was auch diese Werte und Normen zum Beispiel betrifft. Es war eine gewisse, wie ich das nennen würde, eine gewisse Obdachlosigkeit des Individuums, also diese Verlorenheit, was auch mit der Entmachtung des Individuums zusammenhängt. Und da, genau für diese Situation, hat Sartre, glaube ich, in das Sein, das Nichts eine Sprache gefunden, um das zu benennen, um das auf den Begriff zu bringen, wie man gerne sagt in der Philosophie. Sie haben jetzt gesagt, dass diese Zeit alle Werte des Menschen in Frage gestellt hat oder wertlos gemacht hat, umgestellt hat. Hat Sartre da was bewusst neu positionieren wollen? Hat er bewusst versucht, neue Werte zu finden? Wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube nicht, dass er gerade neue Werte anbieten wollte. Ein guter Freund von ihm hat mal gesagt, er war in einer Zeit, hat er darüber geschrieben, in einer Zeit, in der alle Welt wieder das Heilversprechen wollte, hat er gesagt, dass es dieses Heil nicht gibt. Also ganz im Gegenteil, er wollte gerade keine neuen Heilsversprechen übermitteln, sondern vielmehr zeigen, dass der Mensch in der Tat alleine ist, ohne Entschuldigung, ohne Rechtfertigung auch in seiner Existenz. Er hat versucht, vermutlich die Atmosphäre, wie sie damals herrschte, was für uns natürlich heute sehr schwer nachzuvollziehen ist, in Worte zu fassen und zu zeigen, alles, was bislang als Wert, auch als absolute Werte propagiert wurde, sind keine Werte an sich, die in irgendeiner Weise Anspruch auf objektive Gültigkeit erheben können, was, wie gesagt, auch durch die Nazis sehr brutal auch gezeigt worden ist. Wir reden bisher so ein bisschen abstrakt über diese Werte, die die Nazis kaputt gemacht haben. Dorothea Willenburg, was waren denn das für Werte? Ich denke, man kann einen ganzen Wertekatalog aufmachen. Vielleicht zum Beispiel der Gedanke an den Fortschritt, der Gedanke an den Humanismus, an die Liebe zum Menschen, weil er ein Mensch ist, an eigentlich auch alle religiösen Versprechen auf ein bestimmtes heilvolles Dasein im Diesseits oder im Jenseits. Das ist natürlich jetzt sehr kurz zusammengefasst und wahrscheinlich auch sehr, sehr defizitär beschrieben. Aber Werte auch wie Gerechtigkeit, wie Menschenwürde. Der Glaube an das Gute im Menschen zum Beispiel. Man hat später, glaube ich, auch mal gesagt, Sartre hat speziell eine Ideologie für die Nachkriegszeit entwickeln wollen. Das würden Sie in Abrede stellen. Ja, deswegen, weil er im Grunde genommen gerade jemand war, der auch den Anspruch erhoben hat, dass Philosophie dazu beitragen muss, alle Ideologien zu zerstören und aufzudecken. Also das ist vielleicht noch das Wichtigere, erst aufzudecken, als Ideologie es auch zu benennen und wie er das mal so schön ausgedrückt hat, in einem Säurebad aufzulösen und zu zeigen, inwieweit diese Ideologien eben auch dahin führen, den Menschen zu verblenden, eben mit falschen Heilsversprechen irgendwo hinzuführen, was eben nicht seiner Freiheit entspricht. Jetzt haben wir schon viel über die Situation des Werkes in der Welt gesprochen. Dorothea Wildenburg, eine ganz schwierige Frage. Was steht eigentlich in diesem Werk? Das ist wirklich eine ganz schwierige Frage, vor allem, wenn sie so kompakt beantwortet werden sollen. Vielleicht kann man es ganz grob versuchen darzustellen, dass man sagt, was in diesem Werk beschrieben wird, ist die Situation des Menschen in der Welt. Das hört sich jetzt noch nicht besonders spannend oder abenteuerlich an. Was aber er versuchen möchte in das Sein und das Nichts, ist diesen Widerspruch eigentlich darzustellen zwischen dem Menschen, der frei agiert, der sich Werte setzt, der Ziele verfolgt, der sich auch in den meisten Fällen frei fühlt auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite in einer Welt lebt, die voller Dinge, voller Objekte, voller anderer Menschen auch ist, über die er eben keine Gewalt hat, die er nicht beherrschen kann, die ihn teilweise eben auch determinieren. Und diesen Zwiespalt zwischen den Dingen, dem Sein, einer, könnte man jetzt ein bisschen metaphorisch sagen, toten, nichtbewussten Materie und dem freien Menschen auf der anderen Seite, das ist die Spannung oder die beiden Spannungspole, die er versucht, in seinem Werk zu beschreiben, in sehr, sehr vielen unterschiedlichen Facetten. Sein Werk gilt ja als theoretisches Fundament des französischen Existenzialismus. Der Existenzialismus ist ja nicht nur eine Philosophie, sondern auch eine Lebenshaltung dann geworden. Das ist ja schon im Titel enthalten, das Sein und das Nichts, Lettre et le Néant. Was ist dieses Sein, was ist dieses Nichts? Der Begriff des Existenzialismus ist vielleicht noch mal ein bisschen anders zu verstehen, als jetzt genau das, was man mit Sein bezeichnet. Also der Existenzialismus war damals ein Modewort, auch ein Schimpfwort häufig, für eine sehr unseriöse, unsittliche Lebensart. Gegen die hat sich ja Sartre auch sehr zur Wehr gesetzt. Genau. Das wollte er ja nicht so verstanden haben. Das war im Grunde genommen wirklich eher eine Unterstellung. Was er meinte, wenn man den Begriff nehmen will, ist, dass mit der Existenz des Menschen, also dem Existenzialismus, das damit gemeint sein soll, dass der Mensch, er nennt das auch das Fürsich, le Coursois, ein Handeln, ein Vollziehen ist. Das Existieren ist immer ein Handeln. Der Mensch ist ganz grundlegend ein Handelnder. Und das ist mit Existenz in Bezug auf den Menschen gemeint. Also Existenzialismus, ein Begriff für eine Philosophie über den Menschen, der existiert, der handelt. Was Sie aber jetzt gerade konkret nachgefragt haben, was ist das Sein? Es ist nicht ganz leicht, das zu beschreiben. Ich würde mir aber einfach mal zum Beispiel einen Stein vorstellen, einen schweren Stein. Und dieser Stein ist völlig leblos, der weiß nichts von sich, der existiert einfach völlig inert vor sich hin. Dem ist es egal, ob er einen Berg runterrollt oder in einem Haus verbaut wird. Der ist inert, wie er das auch nennt, opak. Da ist kein Spalt, nichts, der existiert einfach, der ist da. Im Gegensatz dazu, der Mensch, der weiß von sich, der weiß auch von dem Stein, der kann sich von dem Stein auch absetzen. Er weiß, der Mensch, ich bin nicht dieser Stein. Das hört sich jetzt vielleicht auch naiv an, aber es ist eine große Leistung des menschlichen Subjekts, dass er genau diese Absetzungserkenntnis hat oder diese Absetzung auch macht. Ich bin nicht dieser Stein, ich weiß von mir. Und das nennt er dann das Nichts, weil es ist eben nicht etwas, nicht dieser opake Stein, der von nichts weiß, sondern ein Ich, ein Selbstbewusstsein, ich weiß von mir, ich will was, ich kann was wollen, ich kann Zwecke setzen. Und das ist im Grunde genommen, wenn man versucht zu beschreiben, so eben auch die beiden Pole, das Sein, das Opake und das Nichts, die Freiheit, das Sein, die Notwendigkeit, die wir auch nicht beherrschen können. Und die Freiheit, die ich in der Tat in der Hand habe, für die ich auch verantwortlich bin. Jetzt haben Sie ein ganz wichtiges Stichwort geliefert, die Freiheit. Die Freiheit ist ja eine der zentralen Thesen auch oder der Kernpunkte von Das Sein und das Nichts. Der Mensch nach Sartre ist zur Freiheit verurteilt. Was heißt das genau? Das ist in der Tat ein sehr, sehr zentraler Gedanke in Das Sein und das Nichts, nicht nur dort, sondern im gesamten Werk von Sartre, in seinen Theaterstücken, in seinen Romanen, auch eben in Das Sein und das Nichts, ganz fundamental. Die Freiheit ist einerseits zum Beispiel die Tatsache, dass ich mich unterscheiden kann von der Welt schon. Das ist bei Sartre Freiheit, dass ich von mir selber weiß, im Gegensatz zum Beispiel zu diesem Stein. Genau, Sie haben das Selbstbewusstsein genannt und ich glaube, das ist wirklich in dem Sinne zu verstehen, ein Bewusstsein seiner selbst. Genau. Und nicht einfach besonders überheblich oder von sich überzeugt, sondern wirklich dieses ganz banale Bewusstsein. In Absetzung zu dem psychologischen oder psychischen Selbstbewusstsein, wie ich mich fühle, tatsächlich, ich weiß von mir selber, das ist schon ein Akt der Freiheit bei Sartre, was natürlich viel zentraler ist und auch viel mehr diskutiert worden ist, auch in den Kritiken, ist in der Tat die Freiheit des Menschen, dass er der Mensch derjenige ist, der die Werte setzt, der sich Zwecke entwirft. Also das Hervorbringen eines Zwecks, dass ich irgendwo hingehen will, dass ich ins Kino gehen will, dass ich Bücher schreiben will oder Wissenschaft betreiben will, das sind fundamentale Ausdrucksformen von Freiheit, weil ich diejenige bin, die damit einen Zweck setzt. Dasselbe gilt für die Werte. Auch die Werte werden durch mich überhaupt allererst entworfen. Also die Tatsache zum Beispiel, der Wert der Gerechtigkeit, der ist für Sartre nicht ein Wert an sich, wie das vielleicht von anderen Philosophen behauptet wird, sondern der wird ein Wert erst dadurch, dass ich ihn in meiner Freiheit anerkenne. Also der Akt der Anerkennung, auch das ist ein Ausdruck der Freiheit. Also Freiheit heißt nach Sartre, wie jetzt zusammenfassend bisher schon gesagt worden ist, Wir, also die Menschen, sind zuerst einmal existierend, aber was genau aus unserem Leben eigentlich wird, das ist unsere Freiheit, immer zu entscheiden, was wollen wir. Er ist, jetzt kommen wir zu diesem Kernsatz von Sartre, der berühmte Satz, der Mensch ist, was er nicht ist und ist nicht, was er ist. Ja, das hört sich erstmal ganz kompliziert an. Dahinter steckt meines Erachtens aber eigentlich ein ganz einfacher Gedanke, aber auch ein tatsächlich sehr, sehr zentraler Gedanke. Der Mensch macht sich, natürlich nicht im Sinne von produziert sich als Körper oder so, sondern gemeint ist, dass der Mensch ständiger Entwurf ist. Le Projet nennt er das auch. Das heißt, ständig, kontinuierlich, jeden Tag, jede Sekunde habe ich ein Bild zum Beispiel von mir oder ich habe Ziele, ich möchte irgendwo hin, ich möchte zum Zug. Das heißt, ich bin immer schon mir vorweg in meinen Zukunftsentwürfen oder eben Zielen. Und in dem Moment bin ich also zugleich jetzt hier sitzend, aber im selben Moment schon mit den Entwürfen auf ein späteren, spätere Handlungen und so weiter. Und deswegen meint er, der Mensch macht sich selbst, er entwirft sich kontinuierlich. Und das ist ein ständiges Absetzen auch von der jetzigen Situation. Das heißt, ich bin ständig im Grunde genommen auf Zukunft ausgerichtet. Und da, das ist auch dann, was er später dann auch sagt, zur Freiheit verurteilt, ich kann gar nicht anders. Also ich bin als Mensch so gestrickt, dass es gar nicht anders geht, als freiheitlich ständig zu wählen, ständig kontinuierlich meinen Weg zu werfen und auch mich zu entwerfen als Person. Sich zu entwerfen und sich ständig wandeln. Er bringt ja da das schöne Beispiel des Feiglings, der nicht ein Feigling sein soll oder sein muss. Er hat die Chance, sich zu wandeln vom Feigling weg. Also er kann selber sich eben verändern. Eine sehr optimistische Haltung dem Leben gegenüber. Kann man das so sagen? Ja, optimistisch schon. Er ist, glaube ich, aber auch sich darüber im Klaren, dass es vielen Menschen nicht gelingt oder nicht gelingen soll. Der Feigling, von dem Sie sprechen zum Beispiel, der hat offensichtlich, der hat sich selber schon zum Feigling gewählt. Er sagt von sich, nehmen wir mal an, er sagt von sich, ich bin nun mal ein Feigling. Damit hat er sich nach Sartre zu einem Ding gemacht oder er versucht, sich zu einem Ding, zu einem Stein zu machen, der sich nicht mehr verändern kann. Ich bin nun mal so. Dazu würde Sartre sagen, er verschleiert sich damit seine eigene Freiheit und auch seine eigene Verantwortung sich selbst gegenüber. Denn er ist natürlich in der Lage, diesen Zustand zu verändern, sich zu verändern und andere Handlungsweisen zu finden und eben sich nicht mehr auf diese Art und Weise zu einem Ding machen zu wollen. Sartre hat ja mit diesen Aussagen wirklich eine Art neues Selbstbild geschaffen, das viel zu reden gegeben hat. Das Werk wurde ja nicht nur positiv aufgenommen. Was war denn die Kritik damals? Die Kritik war teilweise einmal die, dass Sartre ja nicht nur von der lichten, hehren Seite der Freiheit gesprochen hat, sondern eben auch von der Seite der Faktizität. Der Mensch ist ja nicht eine Lichtgestalt, die im Äther seine Freiheit auslebt, sondern er ist auch ein faktisches Wesen. Er hat einen Körper, er existiert auch als etwas, als Ding, könnte man sagen, auf dieser Welt. Und diese Faktizität, also die Existenz selbst, dass ich da bin, dafür gibt es keinen Grund, dafür gibt es keine Rechtfertigung, es gibt kein Warum. Und diese Seite des Menschen, die ist dann eben mit Begrifflichkeiten verbunden, eben mit auch der Absurdität des Daseins, mit dem, was dann auch in dem Roman, der dann nachgenannt ist, als Ekel bezeichnet wird. Das sind Seiten, die in dieser Zeit damals auch sehr stark als, ja, tatsächlich dann auch als ekelerregend empfunden wurden. Er wurde auch der Ekelschriftsteller genannt, der Hassprediger, weil er auch eine Seite des Menschen gezeigt hat, die eben nicht die heile Seite war, sondern auch die Verlorenheit, die Absurdität des Daseins, die Sinnlosigkeit auch letztlich. Und ich glaube, dass das damals bei vielen Menschen dann natürlich auch auf Ablehnung gestoßen ist. Genau wegen dieser Vorwürfe, auch wegen dieser Aussagen, er sieht nur viel Negatives in den Menschen, das hat ihn dann auch später dazu bewegt, nur drei Jahre später, zwei Jahre später, seine Verteidigungsschrift zu schreiben, ist der Existenzialismus ein Humanismus. In Französisch ist es ja ohne diese Frage, sondern eine Feststellung. Und da wehrt er sich eben, und das finde ich ganz spannend, gegen diese Aussagen. Er sagt, eigentlich ist meine Philosophie sowas von optimistisch, weil nichts ist eben, wie es scheint. Es ist alles immer veränderbar. Das ist ja eigentlich das Revolutionäre. Er hat das mal in einem Interview gesagt, oder ein Schüler von ihm hat es in einem Interview mal ihm gegenüber erwähnt, dass er seinen Schülern immer gesagt hat, haltet euch nicht an die Tatsachen als Aufforderung. Nämlich, weil Tatsachen nicht das sind, was bestimmend ist, sondern es ist immer unser Umgang mit den Tatsachen. Also er ist insofern in der Tat ein wirklicher Optimist, weil er die Freiheit so unglaublich hoch hält und weil er sagt, ich kann aus dem, was man aus mir gemacht hat, etwas machen. Darauf kommt es an. Es kommt darauf an, was ich aus dem mache, was aus mir gemacht worden ist. Und für diesen Optimismus ist er auch gescholten worden auf der anderen Seite. Also auf der einen Seite ist er gescholten worden für diese Faktizität. Man hat ihm aber auch vorgeworfen, genau diesen Freiheitsoptimismus. Und zwar zum Beispiel auch mit dem Hinweis darauf, dass nach Sartres Theorie auch der Jude in den Händen seines Henkers als frei bezeichnet werden muss. Und das ist schon eine harte Kritik gewesen auch. Er hat sich dieser Kritik auch gestellt. Aber Sie sehen, beide Seiten im Grunde genommen haben ihre Kritiker gefunden. Da müssen Sie vielleicht ein, zwei Sätze mehr dazu sagen. Der Jude ist in den Händen seiner Henker frei. Also der Jude wäre quasi selber verantwortlich gewesen, sich aus diesem Schicksal zu befreien, letztlich. So hat er es natürlich nicht gemeint. Gemeint war natürlich was anderes. Deswegen ist das auch stark so missverständlich auch interpretiert worden. Was er meint, ist natürlich auch ein Gefangener im Gefängnis ist ein freier Mensch in dem Sinne, dass er um seine Lage weiß, dass er raus will, dass er andere Pläne hat, dass er Entwürfe hat. Als solcher ist er natürlich frei, nicht, und das hat Sartres später dann auch dargestellt, nicht in dem Sinne, dass er eben nicht gefangen ist. Genau, da kommt auch wieder halt der philosophische Begriff der Freiheit zum Zug und nicht die Freiheit im Sinn von, wie wir das alltäglich gebrauchen würden, sondern die Freiheit der Wahl schließlich. Der Wahl? Ist auch schon wieder ein belasteter Begriff bei Sartres. Nein, zumindest die Freiheit, also schon die Freiheit, ja, des Wollens vielleicht eher. Der Mann, der im Gefängnis sitzt oder die Frau, die im Gefängnis sitzt, die hat nicht die Wahl rauszugehen, aber sie hat die Freiheit, sich Entwürfe zu machen, sich vorzustellen, was sie machen würde, wenn sie das Gefängnis verlässt. Sartre kannte das ja auch aus eigener Anschauung. Er war ja eine Weile in Kriegsgefangenschaft und ich glaube, darüber hat er eben auch geschrieben. Er hat einige Ideen von Das Sein und das Nichts auch in dieser Kriegsgefangenschaft entwickelt. Ja, auf jeden Fall. Also wer auch einsteigen möchte in Das Sein, das Nichts, weil es ja auch ein sehr komplexes und schwieriges Werk ist, auch gerade am Anfang, dem ist wirklich zu empfehlen, die Kriegstagebücher zum Beispiel zu lesen oder auch den Briefwechsel mit Simone de Beauvoir, seiner langjährigen Lebensgefährtin, wo sehr viele Ideen, die dann in Das Sein, das Nichts auftauchen, in der Tat schon vorgedacht werden, durchgedacht werden, ausprobiert werden. Und das gibt einen viel leichteren Einstieg in das Werk, als wenn man gleich mit diesem dicken, tausendseitigen Buch beginnt. Der Rest 2. Sie hören die Sendung Reflexe mit einer Folge unserer Reihe Denkstoffe. Heute zu Sartres Hauptwerk Das Sein und das Nichts, dem theoretischen Fundament des französischen Existenzialismus. Dorothea Wildenburg. Sartres Werk ist wahnsinnig komplex. Wir könnten jetzt noch über ganz verschiedene Verästelungen seiner Philosophie sprechen. Sartres selbst hat ja über sein Werk geschrieben, Das Sein und das Nichts, das habe er für Philosophen geschrieben. Die wenigsten von uns sind wirklich Philosophen, Sie sind jetzt hier die Ausnahme. Was ist denn von Sartres Philosophie ganz konkret in unserem alltäglichen Leben zu spüren, in unserem Alltag? Man kann jetzt verschiedene Beispiele wählen, was vielleicht ein sehr bekanntes, berühmtes Beispiel auch ist, was vielleicht das ein bisschen konkreter macht, ist die Situation eines Paares von einem Mann und einer Frau in einem Café. Und die flirten miteinander und plötzlich ergreift der Mann in diesem Fall, das ist ein Beispiel aus der Sein und das Nichts, die Hand der Frau. Diese Situation würde nach Sartre eine Entscheidung, eine Stellungnahme der Frau hervorrufen müssen, die entweder den Flirt fortsetzen möchte und dann eine Gegenbewegung mit ihrer eigenen Hand macht oder aber diese Hand zurückzieht und damit signalisiert, ich möchte hier keine nähere Beziehung eingehen. Was passiert in diesem Beispiel? Die Frau lässt ihre Hand liegen und Sartre formuliert es so wie ein Ding. In dem Moment ist sie unaufrichtig in seiner Terminologie, weil sie tut so, als wäre sie nicht frei, als würde die Hand nicht zu ihr gehören. Das heißt, als wäre sie zwar die Hand, aber im selben Moment auch wieder nicht. Also sie verweigert eigentlich eine Reaktion oder überhaupt eine Aktion. Genau. Sie verweigert ihre Freiheit. Sie verweigert im Grunde genommen ein freies Wesen zu sein, die sich entscheidet oder entscheiden muss, sondern tut so, als wäre sie einfach nicht da. Und das ist eine Situation, die Sartre dann etwas eben konkreter, das ist auch das Faszinierende, das ist eine vielen konkreten Beispiele auch, wie er beschreibt, wie man zum Beispiel versucht, vor der Freiheit zu fliehen. Es ist eine kleine Episode, die aber eben sehr viel zeigt über sein Verständnis davon und auch über seine Art der Philosophie, dass er eben nicht sich in so sehr abstrakten Gedankengängen verliert, sondern immer wieder auch zum konkreten Menschen zurückkehrt und zeigt, so in der Situation kann man das eigentlich nur so und so verstehen. Also eigentlich unser Alltag ist immer gefüllt, das ist ja Teil der Existenz an sich, mit solchen Entscheidungen und in diesem Sinne eigentlich auch immer gefüllt mit seiner Philosophie. Man kann eigentlich jede Situation, Sie haben jetzt dieses Flirtbeispiel gewählt, man kann jede Situation existenzialistisch deuten. Jetzt sind wir schon fast am Ende unseres Gesprächs über Sartres, das Sein und das Nichts, ein Werk, das vor knapp 70 Jahren geschrieben wurde. Dorothea Wildenburg, was ist denn Ihrer Meinung nach heute noch aktuell an diesem Werk? Wenn ich zwei Dinge nennen darf, von denen ich glaube, dass sie sehr aktuell sind und die mir auch sehr wichtig sind in der Lektüre von Sartre. Das eine ist der Freiheitsgedanke, der nach wie vor ungebrochen gültig ist, so viele Versuche es auch gegeben hat, theoretisch wie auch praktisch die Freiheit des Menschen zu widerlegen, zu verneinen. Die Argumentation Sartres ist meines Erachtens in das Sein und das Nichts sehr unschlagbar. Und das alleine, glaube ich, das lohnt sich schon an der Lektüre, diese Argumente einfach mal durchzugehen und zu hinterfragen und sich auch dieser Herausforderung zu stellen. Der andere Gedanke, und auch das ist in das Sein und das Nichts gegenwärtig eigentlich in allen Schriften von Sartre, ist diese unglaubliche Kraft zu hinterfragen. Dinge nicht einfach als gegeben hinzunehmen, sondern zu hinterfragen, was ist das eigentlich? Ist das jetzt wirklich ein Sachzwang? Ist das eine Tatsache oder ist das nicht etwas, was im Lichte von einem bestimmten Wertesystem als Tatsache verkauft wird, dargestellt wird? Und diese Kraft, wirklich nichts gelten zu lassen, was an sich so zu sein scheint, das ist, glaube ich, auch eine Stärke Sartres, für die es sich lohnt, seine Werke zu lesen, nicht nur das Sein und das Nichts. Das klingt fast wie ein Plädoyer für Sartres Existenzialismus. Dorothea Wildenburg, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Vielen Dank.